Hallo zusammen, willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Remake und wow, die Musik ist, sagt's euch, es geht ab im Kapitel 12 jetzt und ich muss einmal ganz dringend niesen. Oh, sorry. Meine Güte, was ist denn jetzt los hier? Sorry, Hausstopp-Allergie. So, Kapitel 12, Final Fantasy 7 Remake. Äh, ich gehe mal davon aus, ihr wart bei den anderen Kapiteln auch dabei, deswegen brauche ich gar nicht viel dazu sagen, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ach, hier waren wir schon, oder? Ist das nicht hier die... Die Ecke kommt mir bekannt vor. Sekte 7, Bahnhofs, Hüttel, oder? Bitte, lass uns durch! Und die schon wieder. Was bist du? Ja, was es mit denen auf sich hat, wissen wir auch noch nicht. Cloud, Tifa, wir müssen überraschen, was es braucht. Und wir jetzt... Ich weiß nicht mehr, war das Feuer? Feuer? Ne, 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 ne! Irgendwas? Das l extremst. Oh. Oh. Ouch. Das ist das. Okay, äh, ich muss mich mal hier ein bisschen ... ... konzentrieren, was ich hier eigentlich tue. Mach hier mal so ein Ding. Bika! Kall dir Feuer! Das war jetzt nicht so ganz das, was ich im Sinn hatte. Der kann auf jeden Fall mal einen Aether gebrauchen. Ich bin mir grad noch nicht grenzsicher. Ich seh noch nicht so richtig, wann er jetzt verwundbar ist und wann nicht. Anscheinend immer, wenn wir einen Kollegen vor ihm erwischt haben. So, Aerith, mach doch mal hier Ray of Judgment. Und tiefer ... ... da schau. ... ... und ich kann hier ... ... Infinity Sack. Geht doch. Go Team! ... ... ... Eris? Komm schon! Was habt ihr? Komm schon! Das ist Barrett! Ahem. Das war ja mal knapp. Oh oh. Jetzt muss ich wieder alleine gehen, oder was? Hör auf, Leute! Hilfe kommt! Wedge, hör auf mich. Du bleiben hier mit ihnen. Wird mich da nicht zu doll gegenlehnen. Die sind nicht so stabil, die Geländer. Das sind Kisten, da kann man nicht kaputt hauen. Warum auch? Ach, Bank. Moment. Erstmal Pause machen, dann komm ich euch retten. Okay. Auf geht's. Ach, Papa. Bank. Ich hab das nicht mehr zu tun. Ich habe nichts mehr zu tun. Ich weiß, wie schwer wir hier sind. Was ist das? Was ist das mit diesen Leuten? Das ist Echo 1. Was ist das? 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 Das ist was es. Das maintenance ist! Das ist das gut. wir können dann mal eine Granate einsetzen. Ja. Ach so war das. Um die rum. Kann ich auch probieren. Was haben wir hier noch? Also. Hallo. Nicht übertreiben. Be careful. Ain't dead yet. Enough. Let's do this. Geht doch. Meine Güte. Die haben mich auf jeden Fall jetzt mehr gekostet, als ich gehofft hatte. Die will was. Da. Was ist denn hier dieses... reduces HP of enemies. Ach so, ich dachte, das holt die vielleicht zum Boden. Okay. Und was war die? Strom. Hier fehlt meine Aerith. So, wie komme ich jetzt hier höher? Da hinten. Ich bin gespannt, was da die Erklärung am Ende ist, was das für Wesen sind. Hey. Denen geht's gut. Ich werde nicht mehr zurückgehen. Das ist gut zu hören. Ich könnte mir noch ein bisschen mehr spüren. Keine Ahnung. Es ist ziemlich schlecht da. Cloud, du hast mir gesagt. Keine Ahnung. Ich werde nicht. Du bist ein guter Mann. Du gibst mir das... ...Komfort. Oh, noch etwas. Das Leifhaus. Es ist ein Orphanage. In Sektor 5 Slums. Die sind großartig. Ich habe zu besuchen. Das musst du dir selbst machen. Lass mich sagen. Ich bin kein Fan von Kindern. Nein. Aber du hast... ... so viel in common. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Jetzt vielleicht nicht mit 8-jährigen Kindern, aber schon so ein 13-jähriger. Das wird schon passen. Das ist nicht vorbei. Das ist nicht vorbei. Das ist vorbei. Na dann, mal weiter. Jetzt müssten wir doch gleich noch auf Mr. T treffen, oder nicht? Oh, was ist das für eine Edeltschule? Was ist neu? Wind Attacks. Okay. Habe ich aber leider kein Materia für bei. Ansonsten Feuer geht auch. Lass mich ja nicht rankommen. Boah. Ich bin fast tot. Let's try that again. We gotta be careful. Let's do it. Habe ich den denn nicht fertig gemacht gerade eben? No, es ist... Hm. Hm. So. I need to do this. Oh, nay. No holding back. No holding back. Noch erledigt. So. Will ich jetzt weiter? Hier. Der Helikopter, unser Endboss auf dem Level? Oder die beiden Jungs, die drinsitzen? Wir werden es gleich herausfinden. Deswegen haben die alle nur Sonnenbrille auf. Das mit den Rädern müssen wir nochmal üben. Ja, wir haben uns schon mal getroffen. Das hab ich befürchtet. Jetzt kommt Mr. Tee zur Rettung, oder? Ja. Wow. Das hat ihr sehr gut gemacht. Das war ein guter. Wie ist es? Much besser, danke. Danke. Entschuldigung. Ich kann nicht hier bleiben. Ich muss sie helfen. Gehen. Entschuldigung. Erich. Erich. Es gibt eine Barre in der Mitte der Stadt. 7th Heaven. Ich brauche, dass du zu Marlene zur Sicherheit hast. Genau? Es ist okay. Ich will sie finden. Huh? Hmm. Kannst du sie nach der Barre für mich, Wedge? Oh, jetzt sind wir mit ihr unterwegs. Komm, es sind zwei Typen, die kannst du wohl fertig machen. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Nicht zu jemanden da oben oder da oben da oben da oben. Das ist nicht wahr, Wedge. Keine Hoffnung noch nicht. Wir können immer noch viele Leben retten. Du glaubst nicht, dass wir sie verraten, von der Bühne zu lassen? Ich glaube, dass wir immer noch gewinnen können. Jetzt nicht aufgeben. Genau. Ich bin nicht sicher, was zu passieren wird. Aber ich bin sicher, dass ich nicht die Auswahl, die ich heute mache. Nein. Unsere Leben sind in deinen Handeln. Wenn du nicht öffnest, werden wir alle sterben. Körbe ihn. Nein, Herr. Ich will nicht das Verhalten. In dieser Richtung, alle. schnell, schnell, schnell. Du kannst nicht nur... Warte! Wedge. 7. Heaven ist gerade nach dieser Straße. Ist es? Schau direkt und schau direkt. Du kannst es nicht missen. Nicht über mich. Alles klar. Ich werde diesen Leuten Sicherheit geben. Gehen mit den Daumen hoch. Gehen mit den Daumen hoch. Bitte. Du musst so weit weg von Sektor 7 wie möglich. Jetzt. Gehen zu Sektor 5 oder 6. Anywhere. Du musst aus Sektor 7. Jetzt. Bitte. Gehen mit. Gehen mit. Du weißt, was passiert? Was wollen sie mit dem Pillar? Nun, es ist noch Zeit. Aber... Sie werden uns auf uns verlassen? Ja. Du bist du weißt, was wollen sie nicht machen? Ich bin nur ein Kind. Ich muss so weit weg von Sektor 1. Segen, was sie an das machen? Soll sie nicht so gut machen? Es ist das Wunschung, dass sie sich anfangen und ihm anfangen werden. Es ist das Wunschung. Schau Tifa den Läyloh. Wir werden uns hier beherrösen. Hm. Ich muss nach 7. Höfn. Was machst du hier? Oh Gott, raus! Oh nein! Ja, genau da drauf, natürlich. Oh. Das war ja knapp. Los jetzt, aufstehen. Keine Zeit zum Rumliegen. Nicht hier. Ja, wir gehen einfach außen rum, ist doch kein Problem. Das ist die mit den Katzen, ne? Ich weiß, es muss passieren, aber du musst jetzt brav sein, okay? Komm schon, weiter geht's, hierher! Hey, hey, hier, komm schon! Ich nehme dich zu ihr, bereit? Mhm. Oh, da ist gerade einer aus dem Nichts aufgetaucht, auch nicht schlecht. Hm. So. Rennt doch nicht alle in mich rein, hier. Komm schon, wir müssen gut gehen. Nichts worry about me. Wir können durch das. Wir müssen nur zusammenarbeiten. Geht nach Wallparken, jetzt! weg, was? Oh, euer Gott, du hast noch eine erscheinen? In Sicherheit. Sie ist, sofort, jetzt. Geh, weiter. Können Sie sich austäuschen? Natürlich. Betty, ich habe ihn vorvergesehen. Daddy! Mhm. Ja, war doch schon im Fluchttunnel. Er wird gut. Naja. So, jetzt aber. was auf was guckt sie hier so auf den helikopter muss ich nicht verstehen oder wer das jetzt war den kennen wir noch nicht hallo hallo von mir ich bin ein Freund von Tifa wo ist sie? jetzt ist sie mit Cloud und anderen auch 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 warte warte nicht kommt noch nicht noch das ist ich kam zu finden dich Tifa fragte mich sie sagte sie schweig sie schweig 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 Okay? Are they gonna destroy the bar? Are they gonna destroy our house? Hmm, yeah. Oh, the arms. Are they gonna destroy us? Are they gonna destroy us? What was that? Hmm? 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 You smell nice. Hmm? 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 So ein bisschen seltsam. Was war das, dieses... ... 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 Mach die jetzt mit Chindra? Was? Wunderschöne! Move. I'm not here, ich kann, and let me finish this all right. Hm? Stairs? Two perks with one shitload of bullets. Hey! Wow! Ich konnte dich nicht zurücklassen. Wo ist Aaron? Ich habe sie in den 7.0, um zu Marlina zu holen. In Wedge? Ich habe sie gefragt, dass sie den Weg zeigen. Okay. Wir können einfach nur das machen. Genau? Dann werde ich weitergehen. Ich denke, du gehst. Geht's hier hinten gar nicht... Doch, hier geht's doch auch rum. Weil ich mir hier die schwere Route ausgerucht anscheinend, ja? Okay. New Lightning Magic. Okay. Ich weiß nicht, hat tiefer auch irgendwas in der Richtung? Hat hier auch. Geht doch. Wir waren gegen Wind und auch Elektro. Wir waren gegen Wind und auch Elektro. Aber erstmal hochheilen. Ähm, ähm. Ähm... Das ist so, wie du es sich spielst. Das ist gut. Mit mir? Ja. Ich werde mal hochheilen. Ich verstehe gerade nicht so richtig, wo rennen wir eigentlich hin? Warum rennen wir nur nach oben? Ist da was Besonderes? Wenn wir auch versuchen nach Mr. Tim. Sehr tiefer, so wird das nix. So geht das. Oh C. Hat uns nur nix gebracht, hier lang zu gehen. Da ist ne Leiter. Tifa ist schon am Start, dann können wir ihm einfach hinterher. Hm, ne Explosion. Ne Granate. Ne, Jessie. So, how'd you guys rate my latest and greatest design? Eleven out of ten? Hm. Today is your unlucky day, because I never miss. Hm. Sind schon wieder diese Geister bei ihr? Let's do this. Los, ich lege sie ab und du greifst von hinten an. Oder andersrum. Aua. Was denn, wo ist denn hier noch einer? Die Leute sind wirklich hart, um diese Arten zu verabschieden? In any way. Wir müssen persönlich intervenieren. Whatever you say, partner. Keep them busy, will ya? No escape. No hold on that. Okay, Tifa, mach den fertig, ich kümmere mich um den hier. Geht auch. Gut, weiter geht's. Ich hab kein Mana mehr. Hm. Hm. Level up. Autsch. Die werden auch feuern, ne? Tada. Fire Material nochmal improved. Wie mehr kann da ja schon gar nicht mehr gehen. Okay. Alle hochgeheilt. Da hinten geht's lang. Und dahinter können wir mal gucken gehen. Also hier mal gucken gehen. Wenn es ein Goodie gibt. Kein Goodie. Doch hier. Wollte schon sagen. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Aber nur ein bisschen. Wie weit nach oben haben wir es denn noch? Zwei Etagen? Ein, zwei Etagen? Weit ist es nicht. Die auch noch. Die auch noch. Oh, jeez. Teepa. Oh, stirbt die auch noch. I was. Lucky me. Like hell they're your last. It's okay, Cloud. It's okay. Alle sind verliebt in ihn. Ich... Ich... Ich wünsche mir, dass ich dich wiederholt habe. Alle... mit der Mutter's cooking. Ich wollte wirklich... glauben, dass wir... Ja. Du hast mir eine Pizza. Ach, Tifa. Ja, vielleicht, dass du stirbst. Ja. Sie haben nicht irgendwo zu sein? Das ist nicht die Licht. Einfach nachdenken. Sie wissen. Jessie. Mensch, da ist unsere Crew ganz schön geschrumpft. So, ich brauche Mega Potions sind immer gut, aber vor allem brauche ich Ister und Phoenix Down nehmen wir auch mit. Und dann habe ich 12 Phoenix Down, das müsste reichen erstmal. Das müsste reichen, denke ich. Okay, machen wir nochmal kurz Pause, gehen einmal in uns. Dann wartet glaube ich ein Bosskampf auf uns. Ich frage mich, wo der seine ganze Munition verstaut hat für die Knarre. Ja. Du bist noch nicht so gut? Jetzt bist du in der Kugel? Das ist das Schuss. Wir müssen immer weitergehen, wenn wir es so weit gehen wollen. Kann losgehen. Oh ne, der war doch blöd. Oh ne, der war doch blöd. Oh ne, der war doch blöd. Hahaha. Miss me! You're next, asshole! Sorry, Losers. Gotta play for keeps today. No time to dig around. No time to dig around. Plates separation authorized. Awaiting confirmation. Plates separation authorized. Awaiting confirmation. Ja, ja, kommt sofort hin. Nein, du nicht! Nicht, wenn ich arbeite! Plattes Veränderung verpflichtet. Beweichungsveränderung. Press es! Jetzt, jetzt! Du hast uns nicht Scheiße. Okay, Magic und Lightning haben nur einen Slide-Effekt. Okay, also alles, was nicht Lightning ist... Aha, nö. Alter, Schwede! Ich erinnere mich, dass ich da immer im richtigen Moment ausweichen musste. O, Alter! Fakt! Alright, Alter! O, Alter! O, Alter! O, Alter! O, Alter! O, Alter! So, wir haben hier doch... Haben hier doch ein paar Sachen. Buried. Und tiefer auch noch. Outsch. 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 Uuuuuhhh. I'm a high end battle. Let's try that again. Tifa. Das bringt irgendwie gar nichts, was die anderen machen, ne? Du bist böse wütend aus dem Helikopter. Bommingrun aus dem Helikopter. Okay. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Sugaan gizzi. Wooooohhh. Feuer war bei dem nicht so, ne? Nein, dem war bei dem nicht so. Was haben Barrett denn hier? Barrett kann doch auch mal ein bisschen heilen. Nein! Okay, der ist gerade aus dem Rennen. Dann können wir uns ja hier nochmal eben hochheilen. Was wir den am besten angehen, wissen wir nicht. Ich würde mich vielleicht tiefer mal mit einem Thunder und was. Strom ist bestimmt gut. Barrett mit Fokusshot. Ach, der lebt noch. Er hat noch einen Ersatz-Sonnenbrille. Oder? Ja, war doch klar. Ja. So. Der ist... Wind. Wind. Wind habe ich nicht. Uiuiui. Barrett. Und... Mal bitte Cloud heilen. Eieieiei. Klaut geht's echt nicht so gut. All right. Barrett. I'm a high end, bitte. Oh-oh. Uh oh. Barrett. I'm a high end, bitte. tiefer kann man hier ein bisschen ich gebe mal Cloudchen Elix hier. Okay, der war hier gegen Wind anfällig. Und haben wir Barrett hat gar nichts zum Beschwören. Na, hol doch mal Shiva dazu. Aber ich glaube, wir haben es auch gleich. So oder so. Jawohl. Shiva kann hier jetzt auch hier Limit Brake fahren, sobald es mal wieder aufsteht. Komm schon. Jetzt haben wir es gleich. Na, das war's. Hui. Willst du den richtigen Knopf drücken? Wie sollst du das? Wie sollst du das? Wer weiß? Weil die Geister, die helfen ja wohl eindeutig Shinra, oder? Oh nein, tu es nicht. Oh oh. Er wird stellt die wichtigen Fragen. Kloude! Kloude! Geepa! Wohin! Na und jetzt? Ich glaube, da können wir nichts mehr tun. Sag ich ja. Du, man versteht dich nicht so gut. Erich! A rolling place that one should end it. Begadulat the area immediately. No, no, no. Schiefer? Also aus irgendeinem Grund gibt es da so Zip-Lines, ne? Okay. Ach, das gehört ja mal zum Aufzug, oder was? Dann ist das okay. Ach Gott, der ist ja noch mit seinen Katzen. Hm. Und was ist er? Hä? Der Katzenkönig, ja? Alter Schwede. Ui, 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 ui. Hm, okay. Das war also Kapitel 12. Gut, das ist creepy, wenn man einem Mädchen oder einer Frau beim Schlafen zuschaut. Gibt es hier bei mir noch was Sinnvolles zum Upgraden? Ich glaube nicht, ich glaube, ich bleibe ja bei dem hier. Ne, gut, dann war es das an der Stelle. Äh, ja, schön, dass ihr dabei wart. Hinterlasst mir gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns dann im Kapitel 13 wieder. Macht's gut, bis dahin noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.